Am Anfang war das nichts. Doch diesen Anfang überspringen wir, der Einfachheitshalber. Am Anfang war das Chaos. Doch dann war das eine Blatt geborgen, aus welchem das Formular verfasst wurde, welches alle anderen Verträge besiegeln sollte und vom großen Bürokraten selbst verfasst und unterzeichnet wurde. Und so ward Twitter geborgen. Oh, verdammt, falscher Text. Pardon. Und so ward Bürokratie geborgen. Bürokratie.